Der französische Revolutions-Kalender, auch republikanischer Kalender, wurde infolge der französischen Revolution von 1789 geschaffen und galt offiziell ab dem 22. September 1792 bis zum 31. Dezember 1805. In Beschreibungen der Revolution werden einzelne Monatsnamen zur Bezeichnung bestimmter Ereignisse eingesetzt, so etwa der Temidor oder der Brumereinführung und Geltung. Mit dem 15. Juli 1789, einen Tag nach Erstürmung der Basti, wurde das Ani de la Liberté ausgerufen. Allerdings nach diesem Kalender zunächst nur inoffiziell, beispielsweise von revolutionären Zeitungen wie dem Monitor datiert. Da ansonsten der gregorianische Kalender beibehalten wurde, dauerte das Jahr ihn nur fünf und eineinhalb Monate. Der 1. Januar 1790 war der Beginn des Jahres II der Freiheit. Diese Jahreszählung wurde 1849 im positivisten Kalender wieder aufgegriffen. Am 10. August 1792 mit dem Toleriensturm wurde das Jahr I der Gleichheit ausgerufen. Am 22. September 1792 schaffte der Nationalkonvent die Monarchie ab. Zugleich beschloss er, mit diesem Stichtag das Jahr I der Republik beginnen zu lassen und die staatlichen Institutionen zu verpflichten, die neue, geänderte Jahreszahl zu verwenden. Am 5. Oktober 1793 entschied der Nationalkonvent auch die Zählung der Tage und Monate zu erneuern. Dieser zweite republikanische Kalender trat am 24. November 1793 rückwirkend ab dem 22. September 1792 in Kraft. Der Teil des Jahres 1793 bis zum 21. September, der nach der vorherigen Orientierung am gregorianischen Kalender zum Jahr II gezählt hatte, wurde dem Jahr I zugerechnet. Für Daten vor dem 22. September 1792 wurde weiterhin die Datierung des gregorianischen Kalenders verwendet. Der französische Revolutionskalender war also nicht proleptisch, wies nicht in die Vergangenheit zurück. Der republikanische Kalender galt bis zum 31. Dezember 1805. Napoleon I. führte 1806 den gregorianischen Kalender wieder ein. In den Teilen Deutschlands und Europas, die während der napoleonischen Zeit zum französischen Staatsgebiet gehörten, galt der Revolutionskalender verbindlich in öffentlichen Angelegenheiten. 1871 kam er nochmals während der linksradikalen Pariser Kommune zum Einsatz. Heute verwenden Autoren die Datierung nach diesem Kalender gelegentlich, um Büchern über die Revolution ein gewisses historisches Koloriet zu geben. Hintergrund Die Revolution hatte in Frankreich die Trennung von Staat und Kirche durchgesetzt. Daher sollte der neue Kalender keinen christlichen Bezug mehr enthalten. Die alte Datierung nach dem gregorianischen Kalender nannte man in revolutionären Verordnungen abschätzliche E-Volgär, also gemeine Ära. Außerdem sollte das Prinzip der Vernunft in der weitgehenden Anpassung an das Dezimalsystem zum Ausdruck kommen. Der Kalender führte eine Zehntagewoche ein. Dadurch gab es nur noch alle zehn Tage einen freien Tag, was den Kalender nicht beliebt machte. Die Leute wollten sich nicht jeden dritten freien Tag nehmen lassen. Struktur Das Jahr besaß gemäß dem Revolutions-Kalender zwölf Monate zu 30 Tagen mit jeweils drei Dekaden. Dazu kamen fünf Ergänzungstage. Der Jahresbeginn war während der gesamten Gültigkeitsdauer des Revolutions-Kalenders auf den Tag der Tag- und Nachtgleiche im Herbst festgelegt. Genauer auf Mitternacht vor dem wahren Herbst der Quinoxium, bezogen auf Paris, da hierdurch zukünftige Daten ohne Himmelsbeobachtung nicht zu bestimmen waren und dies keine festen Regeln zuließ, wurden am 7. Fructidor III von einer Kommission unter Vorsitz des Mathematiklehrers Gilbert Rommeschalt-Jahresregeln vorgeschlagen, die sich am gregorianischen Kalender orientierten. Romm orientierte sich dabei stark am Marischall-Kalender, der bereits zum Jahresende 1787 erschienen war und der seinen Herausgeber Silvia Marischall ins Gefängnis gebracht hatte. Die Schalttage sollten jeweils an das Ende der durch vier teilbaren republikanischen Jahre gelegt werden. Die gregorianische Regel der ausnahmsweise normalen Jahre sollte auf den neuen Kalender übertragen werden. Zusätzlich sollte entweder jedes 3600. oder jedes 4000. Jahr auch kein Schaltjahr sein. Dadurch hätte sich eine durchschnittliche Jahreslänge von 365 Tagen 5 Stunden 48 Minuten 48 Sekunden bzw. 50,4 Sekunden ergeben. Das heißt etwa 2 bis 3,5 Sekunden länger als das damalige, tatsächliche tropische Jahr. Ein Vierjahreszyklus sollte Franciade genannt werden. Das Dekret der Regulation der Schaltjahre wurde nie erlassen oder umgesetzt. So waren die Jahre III, VII und XI der Republik die sechstile Jahre. Das Jahr 15 war ebenfalls als Schaltjahr vorgesehen. Die Abschaffung des Systems zum Jahresbeginn 1806 erledigte dies jedoch. Am 1. August 1793 wurden mit Wirkung zum 1. Juli 1794 auch am Dezimalsystem orientierte Maß- und Währungseinheiten eingeführt. Das Kalendergesetz vom 4. Friemär II sah eine dezimale Zeiteinteilung mit Beginn des Jahres III vor. Der Tag sollte in 10 Stunden zu 100 Minuten zu 100 Sekunden eingeteilt werden. Die Umsetzung dieses Vorhabens hätte alle vorhandenen Uhren unbrauchbar gemacht. Neue Maßstäbe und Gewichte waren einfach herzustellen, neue Uhren waren jedoch sehr teuer. Am 18. Germinal III beschloss der Konvent, das Gesetz zur dezimalen Tageseinteilung auszusetzen. Es trat nie in Kraft. Revolutionsuhren mit einem in 10 Stunden eingeteilten Zifferblatt sind noch heute auf Auktionen zu finden. Tage Die 10 Tage der Dekaden wurden durchgezählt Primidi, Duodi, Tridi, Quartidi, Quintidi, Sextidi, Septidi, Ouktidi, Nonidi, Dekadi, Monate. Die 12 Monate des republikanischen Kalenders wurden, basierend auf einem Namenskatalog, der von dem Abgeordneten Fabre Declantine ausgearbeitet wurde, in vier jahreszeitliche Gruppen eingeteilt. Beginnend mit dem Jahrestag der Revolution als erstem Tag des Jahres, Übergangstage. Die sechs Übergangstage am Jahresende waren Feiertage. Jodela Virtue, Tag der Tugend. Jodou Genie, Tag des Geistes. Jodou Tavail, Tag der Arbeit. Jodelle Pinien, Tag der Meinung. Jodes Recompensis, Tag der Belohnung. Jodela Revolution, Tag der Revolution. Tageseinteilung Der Revolutionskalender enthielt auch eine neue Stundeneinteilung für den Tag und führte die Dezimalzeit ein. Der Tag wurde in zehn Stunden zu je 100 Minuten a 100 Sekunden eingeteilt. Die neue Sekunde war damit nur unwesentlich kürzer als die alte, die Minute etwas länger, während die Revolution-Stunde mit ihrer zwei, vierfachen Länge gegenüber der alten Stunde eine völlig neue Zeiteinheit darstellte, Umrechnung geteilt durch 0,864 ist gleich Dezimalsekunden des Tages. Beispiele 19.12 ist gleich geteilt durch 0,864 ist gleich 80.000, was für die 80.000.dezimalsekunde des Tages steht. Da der Revolutionskalender auf dem Dezimalsystem basiert, lässt sich relativ leicht ablesen, dass es genau 8 Uhr der Revolutionszeit wäre. 80.008 Uhr 20.15 ist gleich geteilt durch 0,864 ist gleich 84.375.8 Uhr 43.75.dezimalstunden 43.dezimale Minuten und 75.dezimalsekunden. Punkt. Dezimaluhren Die Uhrenhersteller Berthoud, Fürstenfelder, Linwar und Perrier bauten entsprechende Dezimaluhren nach dem neuen System. Die meisten hatten ein Zifferblatt, das die alte und neue Tageseinteilung nebeneinander anzeigte. Während der Revolution wurde an den Tullerien in Paris eine große Dezimaluhr angebracht. Eine weitere wurde im Konferenzsaal der Nationalversammlung aufgestellt. Erhaltene Uhren sind im Musikane Wellet in Paris, im Historisch-Archäologischen Museum zu Orleans, im Museum für Kunst und Geschichte in Genf und im Uhrenmuseum Abela in Wuppertal zusehen Entstehung der Namen. Im Dekret vom 5. Oktober 1793 wurden die Tage der Dekaden durchgezählt, Jodela Première Deket. Der als Ruhetag vorgesehene zehnte Tag erhielt den Namen Dekadie. Der Dichter Fabre Deklantine schlug am 24. Oktober eine Benennung auch der anderen Tage nach diesem Muster vor. Nach dem Vorbild und zur Ersetzung der christlichen Tagesheiligen wurden alle Tage mit einem Eigennamen bezeichnet. Die Deketis wurden nach landwirtschaftlichen Arbeitsgeräten, die Quintitis nach Haustieren, alle übrigen Tage nach Pflanzen benannt. Ebenso wie die Tage der Dekaden wurden auch die Monate im ersten Entwurf einfach durchgezählt. Stattdessen schlug Fabre Deklantine Monatsnamen vor, die auf einen typischen Aspekt des Klimas verwiesen oder auf wichtige Zeitpunkte des landwirtschaftlichen Lebens. Da diese Namen eng mit dem französischen Klima verknüpft waren, war dieser Kalender, obwohl seine Gestalter ihn universell verwendet wissen wollten, von sehr regionaler Natur. Für die Ergänzungstage, die zunächst Jour Komplementaires hießen, schlug Fabre Deklantine den Namen Sarskylothides vor. Er schlug auch die Namen der Tage vor. Am 24. November 1793 wurden diese Vorschläge mit geringfügigen Änderungen angenommen. So erscheinen die Sarskylothides als Sarskyloschts und bei den Monaten auf OSA wurde auf den Circumflex verzichtet.